Und zum x-ten und wiederholten Male die Frage, was machen denn nun eigentlich die millionenfach ins Land geholten Fachkräfte? Das wurde dem Bürger ja so versprochen. Hier kommen die Fachkräfte, hier kommen auch die Ärzte und Ingenieure und die Zahnärzte. Was machen die eigentlich in unserem Land? Hubertus Heil, ich wäre für eine Antwort unendlich dankbar.